Gibt es Dinge in deinem Leben, die dir lästig erscheinen und die du am liebsten loswerden würdest? Das können Menschen in deinem Umfeld sein oder Aspekte deines Wesens, die in dir schlummern und die du lieber nicht in Ausdruck bringen möchtest. Hast du dich mal gefragt, weshalb das so ist und ob diese Dinge und Menschen nicht eventuell doch eine wichtige Rolle für deine Entfaltung und dein persönliches Wachstum spielen könnten? Dann ist es gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist dein achtsamer Wochenstart von All About Life, deinem Podcast aus dem Sera-Binia-Verlag für gelebte Achtsamkeit, positive Psychologie und gesunde Spiritualität. Heute mit Lebensweisheiten zum Thema Im Garten des Lebens und dafür mit mir im Studio Serafin Monin. Hallöchen, guten Tag. Hallöchen Benedikt, ich freue mich. Schön, dass du dabei bist und ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen achtsamen Wochenstart. Jawohl. Hui, da beginne ich gleich mal zum heutigen achtsamen Wochenstart mit einem orientalischen Märchen heute mal, ja? Und es heißt der Löwenzahn. Ein Mann beschloss, einen Garten anzulegen. Also bereitete er den Boden vor und streute den Samen wunderschöner Blumen aus. Als die Saat aufging, wuchs auch der Löwenzahn. Da versuchte der Mann mit mancherlei Methoden des Löwenzahns Herr zu werden. Weil aber nichts half, ging er in die ferne Hauptstadt, um dort den Hofgärtner des Königs zu befragen. Der weise alte Gärtner, der schon manchen Park angelegt und allzeit bereitwillig Rat erteilt hatte, gab vielfältig Auskunft, wie der Löwenzahn loszuwerden sei. Aber das hatte der Fragende alles schon selbst probiert. So saßen die beiden eine Zeit lang schweigend beisammen, bis am Ende der Gärtner den ratlosen Mann schmunzelnd anschaute und sagte, weißt du, wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, nichts genützt hat, dann gibt es nur noch einen Ausweg. Lerne, den Löwenzahn zu lieben. Hui. Hui, ja, der ein oder andere, ah, das schon heute reden wir mal über Unkraut, das aber eigentlich ganz heilsam für uns ist. Auch im übertragenen Sinne. Als Unkraut gilt ja lediglich eine, ja, unerwünschte Pflanze. Und hier müssen wir uns gleich mal selbst hinterfragen, gemessen an welcher subjektiven Idealvorstellung ist denn so ein Pflänzchen überhaupt unerwünscht. Ja, die Pflanze selbst ist schließlich nur eine Pflanze. A rose is a rose is a rose is a rose. So auch der Löwenzahn ist a Löwenzahn, ist a Löwenzahn. Und wir können auch beobachten, wenn wir uns damit beschäftigen, dass unsere menschlichen Vorstellungen darüber sich durch die Zeiten hinweg stets und ständig verändern. Was ist los mit uns? Ja, es gab ja sogar eine Zeit, da galten Feldsalat, Rüben und auch Roggen als sogenannte Unkräuter. Ja, ja, was ist los mit uns? Heute finden wir mal wieder zurück zu den gesundheitlich wichtigen Heilpflanzen und Wildkräutern. Das ist schön und zack, bum, peng, können wir sogar beobachten, dass die ihren Auftritt in der einen oder anderen Sternenküche haben jetzt. Ja, auch sehen wir heute in der Kamille und dem Spitzwegerich, so wie beim Löwenzahn, kostbare Heilpflanzen statt lästiges Unkraut. Und dann kommen wir gleich mal zum Löwenzahn. Hallo, Löwenzahn, dem Löwenzahn aus unserer Weisheitsgeschichte. Der Löwenzahn, ja, und gerade so seine Bitterstoffe, die sind ja sehr gesund für uns und unseren Verdauungsprozess. Ja, und das Wissen ist ja nicht neu. Das wurde übrigens schon in der Antike geschätzt. Ja, ja, es scheint manchmal, als würde so heilsames Wissen immer mal wieder verloren gehen. Was ist mit uns los? Wo verschludern wir das denn? Gut, wir finden es dann auch wieder erhalten. Erhalten ist ja auch ganz schön, sage ich immer gerne. Aber ich schweife jetzt ab. Also ob wir jetzt den Löwenzahn als lästiges Unkraut in unserem inneren oder äußeren Lebensgarten betrachten, ja, oder als heilsame Möglichkeit für unser Ganzsein, das liegt immer ganz bei uns. Manchmal empfinden wir ja so einen anderen Menschen im Alltag als so ein lästiges Unkraut, ja. Klingt jetzt erstmal lustig, aber hey, da ist dann einer und der triggert uns und macht und tut und uiuiuiuiui, du bist auch nur so ein lästiger Löwenzahn, ne, raus aus meinem Lebensgarten. Und das alles nur, weil er uns mit gewissen Lernthemen konfrontiert, die unserem Ego noch bitter schmecken. Aber wenn wir jetzt diesen Löwenzahnmenschen, also respektive das Löwenzahn-Lernthema schlussendlich, um das es geht, zu lieben lernen, ja, dann schenken wir uns eben auch eine realistische Chance und die Möglichkeit zu wachsen und anzunehmen, was zu lernen uns weiterträgt und befähigt, unsere wahre Bestimmung zu entfalten, weil das gehört ja alles zusammen, ja. Lernen wir diesen Löwenzahn in unserem äußeren Lebensgarten zu lieben, statt ihn mit allen Mitteln zu bekämpfen, hallo Widerstand, ja, dann sehen wir statt einer Konfrontation eine Einladung für unsere persönliche Entwicklung und unsere persönliche Weiterentwicklung. Ja, so wird dann ein lästiges Unkraut im Verständnis sozusagen zur Heilpflanze transformiert. Genau. Und da du eben die Bitterstoffe erwähnt hast, wir haben zu diesem Thema auch eine passende Podcast-Folge, nämlich Podcast-Folge Nummer 81, Wieso glücklich werden nicht immer süß schmeckt. Ja, das ist schön. Da steckt auch viel drin. Gut, dass du die mit ins Spiel bringst. Sehr schön, ihr Lieben, da habt ihr auch Spaß mit. Wir haben jetzt diesen Löwenzahneffekt, nenne ich ihn mal, im äußeren Lebensgarten erläutert. Aber wie sieht es denn in unserem inneren Garten aus? Ja, schauen wir doch mal ganz mutig tiefer in uns selbst hinein. Weil auch hier lauern so viele künstliche Vorstellungen in unserem inneren Lebensgarten. Nehmen wir allein mal unser Selbstbild, ja. Ach du liebe Güte, was ist da denn los, ja. Manchmal empfinden wir Wesensaspekte, die unserer wahren inneren Natur entsprechen, also Wesensaspekte von uns selbst, als lästigen Löwenzahn. Ja, so weit kann es kommen. Warum? Ja, beispielsweise nur weil uns, nur weil unsere gesunde Selbstannahme im früheren Umfeld blockiert wurde. Ja, das nehme ich jetzt mal so als Beispiel, das kennen wir alle irgendwie, ja. Vielleicht wurde uns im Umfeld mit Liebesentzug begegnet. Der kann ja auch ganz klein und unauffällig sein, ja. Wenn wir bestimmte Aspekte von uns selbst so ausdrücken wollten oder ausdrückten. Das führte dann dazu, ja, das hat ja immer so eine Kette, so eine Fortführung, dass wir unseren Selbstausdruck mit limitierenden Glaubenssätzen ausbremsen. Ja, da wir ja diesen verdrehten Glauben bis heute unter Umständen aufrechterhalten haben, wir müssen uns selbst begrenzen, um von anderen geliebt oder angenommen zu werden. An dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin unterscheiden sich maßgeblich von Selbstbegrenzung. Ja, das ist wichtig. Zum Glück, frohe Botschaft, ihr Lieben, vermögen wir das ja jederzeit mit etwas Reflexion zu durchschauen und dann können wir lernen, unser bisheriges Selbstbild eben auch wieder zu transformieren. Weil sonst gibt es Aspekte in uns, die wir als lästigen Löwenzahn bekämpfen. Da bekämpfen wir uns ja selbst. Hallöchen, was ist denn hier los? Ja, im Kapitel deines Buches, das wünsche ich dir zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es im Kapitel Schaffensfreude eine meditative Fantasiereise, die da heißt Mein Lebensgarten. Diese Übung ist ja auch sehr effektiv und motivierend für unsere Transformation, auch unser Selbstbild betreffend. Schön, dass du das ins Spiel bringst. Sehr schön, ich danke dir. Also ihr Lieben, wir alle können ja jederzeit lernen, die Löwenzahnpflänzchen in unserem äußeren und inneren Lebensgarten zu umarmen. Ja, denn lernen wir, den Löwenzahn zu lieben, ja, dann hilft er uns eben auch zu heilen und zu wachsen. Wie wundervoll ist das, das dürfen wir doch nicht aus dem Fokus verlieren. Ja, und auch dann, wenn es unserem Ego manchmal eben bitter schmeckt, so ist es doch immer lohnenswert für unsere Lebensreise. Oh, das hast du schön gesagt. Genau so ist es. Also prüft mutig entschlossen, wo ihr etwas, jemanden oder gar Aspekte von euch selbst irrtümlicherweise für ein lästiges Unkraut, für einen lästigen Löwenzahn haltet. Und ja, schließlich könnte es ja ein kostbares Löwenzahn-Halbpflänzchen in eurem Lebensgarten sein. Bitte, ihr Lieben, erlaubt euch, neue Perspektiven einzunehmen und beschenkt euch mit Möglichkeiten, das Leben und euch selbst in aller Schönheit zu umarmen und freizulassen für das Beste. Das wünsche ich euch. Ach, das wünsche ich euch auch. Und zum Schluss möchte ich dir noch Seraphins Karten-Set, das wünsche ich dir, sowie das eben schon erwähnte gleichnamige Workbook, als wertvolle Begleiter auf deinem Weg zu dir selbst ans Herz legen. Das Karten-Set umfasst 62 Achtsamkeitskarten mit stärkenden und inspirierenden Lebensweisheiten für dein wahres Glücklichsein. Und das Buch enthält zusätzlich zu den Lebensweisheiten auch noch passende Selbstreflexionen, positive Affirmationen sowie Meditationen und Achtsamkeitsübungen. Karten-Set und Buch findest du überall im Handel und natürlich auch direkt in deinem Wohlfühlshop bei uns auf sera-binia.de. Danke für die Tipps, Wendik, ich freue mich, weil wir haben ja auch immer wieder neue Hörer, für die ist das neu und dann habt ihr gleich schon schöne Tools an der Hand. Mein lieber Wendik, ich freue mich, das war ein sehr schönes Gespräch, vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, ihr Lieben, fürs Einschalten, habt einen wundervollen Wochenstart, eine wundervolle Woche bitte auch und fühlt euch ganz geherzt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, ihr Lieben. Das war der All About Life Podcast für heute. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 weitere inspirierende Folgen und jeden Montag eine neue Folge, mal zu einem bestimmten Thema und mal als achtsamer Wochenstart mit positiven Affirmationen, guten Gedanken und Lebensweisheiten, als stärkender Begleiter für deine Woche. Abonniere jetzt unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Und wenn du dir noch mehr Inspiration und Motivation wünschst, folge dem Sera Benia Verlag auch auf Insta, Facebook, Pinterest und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.